Die Pandemie hat die Logistik im Welthandel aus dem Gleichgewicht gebracht. Häfen waren wegen Corona-Ausbrüchen wochenlang geschlossen und dazu kam auch der Frachterunfall im Suezkanal Anfang des Jahres. Hafenbetreiber beobachten deswegen aktuell auch einen Domino-Effekt, der aus diesen Entwicklungen resultiert. Die übers gesamte Jahr angestauten Frachten laufen nun alle auf einmal in die Häfen der Welt ein. Die Folge, die Container stapeln sich und Spediteure, die sind zusehends überlastet. Lkw-Fahrer-Mangel plus Pandemie gleich Stau im Hafen. Hier in Felixstowe Großbritannien stapeln sich die Container. Es ist so voll, dass Containerschiffe umgeleitet werden müssen oder tagelang auf See auf die Einfahrt warten. Der Rückstau hier hängt mit den fehlenden Truckern zusammen, dem Brexit und noch ein paar anderen Dingen, die alle zu einem perfekten Sturm geführt haben. Dieser Sturm hat sich weltweit zusammengebaut. Nicht nur in Großbritannien, auch in China, in den USA, in der EU sind Häfen verstopft. Auch in Deutschland gibt es viel weniger Lastwagenfahrer als benötigt werden, um die Waren aus den Containern ins Land zu bringen. Chaos also in den Häfen selbst. Aber auch die globale Logistik ist aus den Fugen geraten. Zunächst ausgelöst durch den Megafrachter Ever Given, der im März den Suezkanal für sechs Tage blockierte. Dann konnten Lieferketten wegen Corona-Ausbrüchen im chinesischen Hafen Shenzhens, über den etwa 90 Prozent aller Elektronikexporte laufen, nicht eingehalten werden. Die Konsequenz, nur noch jedes dritte Schiff erreicht pünktlich sein Ziel. Unternehmen befürchten, auch das Weihnachtsgeschäft könne wegen der Engpässe in Gefahr geraten. Ich denke, dass es dieses Weihnachten zu einigen Beeinträchtigungen kommen wird. Aber die Einzelhändler sind sehr geschickt darin, den Dingen, die sich die Menschen wünschen, Priorität einzuräumen und dafür zu sorgen, dass die Lieblingsartikel der Kunden zu Weihnachten erhältlich sind. Allerdings womöglich mit einem ordentlichen Wartezeitzuschlag. Denn die wenigen freien Container werden den Unternehmen zu horrenden Preisen angeboten. Und mit jedem Tag, in dem die Schiffe im Hafen ausharren müssen, steigt die Hafengebühr. Die Geschenke unterm Baum könnten also 15 Prozent teurer werden. Ja, das Thema wollen wir ein bisschen vertiefen. Und zugeschaltet ist jetzt Hans-Jörg Heims. Er ist der Leiter der Unternehmenskommunikation der HHLA, der Hamburger Hafen- und Logistik AG. Guten Tag, Herr Heims. Hallo, guten Tag aus Hamburg. Und wir sehen, Sie stehen auf dem Hamburger Hafen, der größte Hafen Deutschlands mit Abstand. Aber wie prekär ist bei Ihnen jetzt die Situation? Wir haben im Hamburger Hafen natürlich auch mit Verspätung der Schiffe zu kämpfen. Die Schiffe sind im Augenblick auf der Route Fernost Europa zwischen sieben und zehn Tagen verspätet hier im Hamburger Hafen. Das bedeutet, dass wir erhebliche Kapazitäten technischer, aber auch personeller Art zur Verfügung stellen müssen, um diese Verspätung natürlich aufzuholen. Das ist ein Anspruch, den wir haben gegenüber unseren Kunden, gegenüber den Endverbrauchern. Das tun wir hier 360 Tage im Jahr rund um die Uhr und wir werden auch am Heiligabend im Übrigen arbeiten. Das heißt also, keine Sorge, am Hamburger Hafen wird Weihnachten nicht scheitern. Herr Heims, aber wie schwierig ist die Situation? Sie haben es gesagt, die Schiffe kommen verspätet rein, sie kommen in Massen rein. Und bei Ihnen ist doch alles genau durchgetaktet. Das läuft doch alles nach einem gewissen Protokoll. Also da wird doch im Moment auch Ihre Planung komplett über den Haufen geworfen. Mit dieser Situation haben wir jetzt seit anderthalb Jahren zu tun, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Also wir sind jetzt hier schon in so einem Modus, dass wir das managen können. Das können wir auch dank modernster Technik, dass wir die Schiffe so im Anlauf haben. Also es ist nicht so, dass hier im Hamburger Hafen jetzt auf der Elbe sich eine Kette von Schiffen langzieht. Das ist nicht der Fall. Es liegen einige Schiffe auf Rede. Aber wir steuern die Schiffe auch über die entsprechenden Zentralen, die wir hier im Hamburger Hafen haben, so, dass sie also dann auch ihre Liegeplätze hier im Hamburger Hafen erreichen. Ja, aber das andere Problem sind weniger die Schiffe für uns. Das andere Problem sind für uns die Container. Denn natürlich steht die Produktion in Deutschland nicht still und wartet darauf, dass die Schiffe ankommen, sondern die Produktion läuft weiter. Das heißt, die Container werden hier weiter in den Hafen angeliefert. Und wir müssen mit diesen Containern sehen, wo lagern wir sie. Das heißt, unsere Lager sind im Augenblick sehr, sehr voll. Hatten wir vor der Corona-Pandemie Durchlaufzeiten für einen Container von drei Tagen hier im Hafen. Maximal sind das jetzt schon mal sechs bis acht Tage. Das heißt also, da kann man sich ausrechnen, welche Kapazität wir hier vorhalten müssen, um diese Container dann auch entsprechend immer wieder dahin zu bringen, wo sie hingehören. Und das ist die logistische Herausforderung, der wir uns hier im Hamburger Hafen im Augenblick stellen müssen. Wie gehen Sie dann mit dieser Situation um? Also ich meine, der Hamburger Hafen, das ist ja ein großes Gelände und er ist ja auch wirklich der größte Hafen Deutschlands. Aber müssen Sie da auch andere Flächen jetzt anmieten? Weil, wie gesagt, durch diesen Stau, dass die Lieferketten unterbrochen sind, und ich habe vorhin mit Professor Fratscher ja auch gesprochen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, das ist schon ein riesiges Problem für die Weltwirtschaft. Ja, natürlich ist das ein Problem für die Weltwirtschaft. Das ist hier aus meiner etwas bescheidenen Perspektive, kann ich das nur jetzt bestätigen. Ja, wir haben zusätzliche Flächen angemietet, das tun wir auch. Man muss ja die gesamte Kette sehen. Es ist ja nicht nur, dass die Schiffe, wenn die Verschiffe spittet kommen, die nächsten sind ja dann die anderen Verkehrsträger, Spediteure, die Züge, die auf den Strecken unterwegs sind, Binnenschiffe, die auch unterwegs sind, wie gesagt, die Lkw-Fahrer, die hier dann auch warten müssen, bis ihr Container ankommt oder abgegeben werden kann. Also es ist eine gesamte Kette, die hier ja Probleme hat. Und das potenziert sich ja dann auch für alle Länder. Und so kommt dieses Problem, was Professor Fratscher beschrieben hat, dass wir es hier mit einer Problematik in der Weltwirtschaft zu tun haben. Hans-Jörg Heims, wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffentlich kriegen Sie die Probleme auch für das Weihnachtsgeschäft weiterhin in den Griff. Danke Ihnen für das Gespräch nach Hamburg. Ja, sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank.